Es regnet. Oh nein, ich werde schon wieder sterben. Oh oh. Nee, ne? Aber irgendwie, ich habe ein neues Symbol. Guck mal, da ist Wasser irgendwie jetzt drin. Ja, das ist... So ein Wassersymbol. Ich glaube, das ist neu. Ja. Ist das neu? Das ist neu, ja. Das war vorher nicht... Das soll... Das ist ein Nest-Button oder was? Ah, das mal... Irgendjemand von euch eigentlich sieht es im Kühlschrank? Nee, hier im Kühlschrank liegen noch 22 Stück. Ah, wunderbar. Das ist erstmal hier wieder scharf. Lass dich ran, oder? Lass dich ran. Boah. Ich bin immer noch total kartisch. Ich bin zu viel Aufregung, ey. Gibt es noch gar nicht. Ich dachte... Was ist denn das für ein Geräusch? Das war ein Motorrad draußen bei mir. Hast du. Wollte gerade sagen. Da hast du gedacht, was sind das denn, Spielerhunde? Wieso war irgendwas Schlimmeres? Jemand müsste mal für mich Hasen töten. Ich habe nämlich... Zwölf Stück im Inventar. Die will ich nicht alle töten, sonst kommt irgendwas. Ja, dann komm mal her zu uns. Ich komme schon. Ich komme schon. Ich bin da. Ich mache mal noch ein paar mehr Fallen, weil das so gut geklappt hat. Ich habe auch nicht mehr viel Platz, glaube ich. Du musst aufpassen. Gif. Drei kannst du noch. Gif. Und Gif. Jetzt geht die. Ja, die anderen kann ich alle töten. Das sind acht. Ich höre mal irgendwas spratzen. Ach, das ist Bushaltestelle. Oh, das ist so dunkel. Oh, warte. Komm her. Oh, ich habe dir Kacke gegeben, Bus. Ja, ist okay. Danke. Ja, ja. Ich kann es auch meine haben. Ari willst du die Kacke haben? Hä? Jetzt hast du mir ja wirklich die... Ja, klar. Oh, die Ari hat keinen Platz. Doch jetzt. Jetzt ist das an eigentlich die ganze Zeit, oder? Ja, ja, ich kriege die ganze Zeit Schaden. Ich bräuchte, glaube ich, was zu essen. Das haben wir bestimmt im Kühlschrank warm. Ja. Ach, klicke an. Nehme ich mir denn da. Nee, das war nicht. Ich bräuchte einen Kühlschrank. Wirklich? Das ist ja schon so voll. Aber wie sollen wir das denn machen? Wir brauchen doch hier's dafür. Ja. Hier ist wir in den Karten. Also ich weiß auf jeden Fall, dass oben im Norden die... die Dings von APA entrastet waren. Das hat mich ja letztes Mal schon gemacht. Ari, du möchtest bestimmt das hier haben. Was kriege ich denn jetzt? Äh, ich kann's dir grad nicht geben. Weil du... Wieso kann ich... Ach, sowas kann man nicht geben, weil's Essen ist okay. Das da. Warning, Water Level Rising. Oh, H2O. Aha, wo hast du da? Wollt's draufgeklickt? Nee, nirgendwo draufgeklickt. Ich hab... Das sagt er einfach bei meinen... Weil hier der... Der Wert immer höher geht beim Wassertropfen. Der wächst immer höher irgendwie. Was passiert denn da, wenn der voll ist? Ihr habt keine Ahnung. Ertrinken wir dann? Ich bin bei... Ich brauch's doch längstens bei den Kopf-Tippen. Du hast doch da zwei Kopf-Tippen. Ah, ich hab da... Ich hab da zwei Kopf-Tippen. Hey, pass mal auf. Oh, man ey. Ich brauch das. Äh, übrigens, Monster-Fleisch nicht aufhängen. Ich kann daraus das, äh, gute Essen machen. Ah, okay. Na dann... Oh, das Gute. Was... Was haben wir, was Leben gibt? Weil ich bin bei 26. Bei 25. Nimm einfach das Popcorn. Das Popcorn? Ja, nimm das Popcorn einfach. Probier einfach mal. Kannst da gucken, ob's... Ob's was bringt. Nee. Verdammt. Äh, ach so, das sind die... Ah, Meatballs kannst du auch essen, genau. Die sind auch gut. Popcorn funktioniert. Okay, gut. Dann brauchst du... Wer ist bei 38... 41. Gut. Das reicht erstmal. Oh, da haben wir uns ja wieder halbwegs gerettet hier. Das gibt's ja nicht. Ach so, hat da jemand ein bisschen Leben übrig? Dann können wir schon mal so ein Heal-Ding machen. Ähm, ich bin voll aufgeheilt. Ich bin voll aufgeheilt. Ja, aber mein geistiger Zustand ist irgendwie noch ziemlich am... Am unteren Ende. Hm. Gibt wieder Blumen. Ja, die liegen überall diese komischen... Überall... Bienenstacheln. Ja, genau, Bienenstacheln. Können wir daraus machen? Äh, ich glaube, wir können daraus Blasroarfeile machen. Oh. Oh, geil. Ach, schön. Es müsste ja eigentlich im Süden unglaublich viel Monsterfleisch rumliegen bei dem Diffeln, oder? Da müsste ziemlich viel noch rumliegen, wenn's nicht schon verfault ist. Okay, dann geh ich's gleich mal holen, oder? Monsterweil. Ich hack mal ein bisschen Holz. Ach, ich hab auch keine Axt mehr. Oh Gott. Na doch, nee. Doch, da. Ähm. Das... Bei den Hüffeln ist alles braun gepleckt. Das ist nass. Warte, das guck ich mir gleich mal an. Ich will das auch sehen. Ich will das auch sehen. Ja. Das ist der Kot, der ist jetzt verschmiert. Hm, die haben sich mit Kot eingeschmiert. Nein, nein, es hat geregnet. Ach so. Ja, das sind 14 wahrscheinlich. Ach so, das hier. Ah ja. Okay. Hey, was liegt denn hier? Da hat jemand Blumen weggeschmissen. Wer macht denn sowas? Ja, ich. Ich hatte kein Fass vor dem Winter. Du schmeißt Blumen weg? Du kannst übrigens jetzt einen Blumensalat machen, ne? Echt? Und was hat man da drin? Der gibt bestimmt ganz vergessliche Zustände. Mit Sicherheit, ja. Aber denkt bitte dran, dass wir ein paar von den Blumen auch noch für die Bienen brauchen. Na, die bei den Bienen, die müssen wir ja nicht abbauen. Ja, aber da sind irgendwie auch kaum noch welche, bei den Bienen. Weil irgendwann haben wir echt keine, keine Blumen mehr. Ich sammle gerade Blumen. Ich hab sieben. Ich hab jetzt vier Blumen. Ich probiere jetzt mal so einen Blumensalat zu machen. Ja, sagt man dann an. Wenn du noch topfrei würdest, möchte ich das mal. Ach guck mal, man kann jetzt eine Bienenmine bauen. Wie geil ist das denn? Was? Das konnte man aber vorher schon. Das ist ja gut, ey. Entschuldige. Stimmt, wie meins. Aber die sind relativ... Was macht das? Naja, wenn da jemand das auslöst, kommen ganz viele Bienen raus und greifen ihn an. Oh. Hey, wieso kann ich denn jetzt die Blumen nicht in den Kochtopf legen? Das verstehe ich nicht. Vielleicht macht man den Salat in der Hand oder so. Ähm, ich weiß nicht. Wir bräuchten... Wir bräuchten diese Wiki-Seite, wo die ganzen Rezepte drin sind. Weil das ist ja... Das ist ja... ... jetzt mittlerweile. Ah, ich hol mal ein Läfter. Das habe ich jetzt leider vergessen, das aufzumachen. So. Ah, warte mal. Ich kann ein neues Insekten-Netz machen. Da kann ich wieder ein paar Schmetterlinge fangen. Dann können wir wieder neue Blumen pflanzen. Also sollte ich jetzt aus meinen Blümchen ein Krönchen machen oder soll ich erst mal warten? Ähm, warte vielleicht erst mal noch kurz. Okay. Weil wenn wir nämlich aus... Wenn das nämlich besser ist mit dem Blumensalat, dann... Ja. Nehmen wir natürlich den Blumensalat. Einer von euch noch ein paar Spinnenleben zufällig in der Hand? Da sind auf jeden Fall welche runtergefallen bei dem Kampf mit den Spinnen. Wo waren das? Äh, ne, die werden wahrscheinlich aufgesammelt worden sein, oder? Von einem von den beiden. Habt ihr die Dinger mitgenommen, die Spinnenleben? Ich hab Spinnenleben, ja. Ich würde aber gerne... Äh, drei. Ich würde daraus allerdings gerne ein Insekten-Netz machen. Ach so, okay. Aber was wolltest du damit machen? Ich wollte mal... Ich wollte mich mal auf dieses Ding hier arbeiten, auf diesen... Hier ein netziges Teil. Äh, Presti-Halikator. Ach, das mit dem... Mit dem, äh... Magiekram. Ach ja, das... Warte mal, lass mal... Lass mal das noch. Ich glaub, das ist jetzt erst mal noch nicht so irrsinnig wichtig, oder? Ich glaub, ich brauch erst mal... Hey, wir haben ne Wassermelone. Wir haben ne Wassermelone. Ja. Hm, Watermelon. Yummy. Warte mal ganz kurz. Ich möchte jetzt noch mal... Erdnissen hat mal seine Felder. Ich wollte mir die Wassermelone mal angucken. Ich mag Wassermelonen. Fass die Hände... Fass das nicht an. Ich hab sie in den Bühlschrank gelegt. Das ist Wiggy mal offen. Kannst du gleich mal, äh, vielleicht gucken mit Blumsalat, bitte? Das wär echt super. Oh, ne, ich muss erst mal versuchen, wieder nach Hause zu kommen, oder? Ich kann das noch zweihändig hier machen. Das wird sich auch im Kontronen. Ähm, ja, im Kontronen, das ist, äh, genau, oder? Ja, ich hab auch kein Holz dabei, also es wird relativ... An, wo war denn noch mal dieser Blumen, äh, dieser Kescher? Wo war der denn noch mal? Hm, Kescher? Also, ach so, den zu bauen, oder? Ja, Insektenkescher. Ah, hier ist er. Okay, ich brauch'n Sein. Ich guck mal Samen rum. Ganz viel. Dann, äh, mach' ich nämlich mal... Sorge ich mal für Blumennachstieb. Demnächst. So. Schmetterlinge. Blauer. Warum geht denn schon mit meinem geistigen Sohn der so doll runter? Weil's Nacht wird. Ja. Mann, Mann, Mann. Aber die sollte jetzt schon wieder richtig weit oben sein. Also, mein, das ist nämlich weit oben jetzt. Das geht. Meine ist so auf der Hälfte, dann irgendwie. Ähm, minus drei Viertel. Wahrscheinlich, weil ich Blumen gesammelt hab' oder so. Unser Essen geht ganz schön aus. Kann das sein? Ja. Was schlimm. Was? Essen schlimm? Essen. Nee, wegen Essen. Ach so. Hat jemand Holz? Äh, ich hab Kacke. Das können wir auch befeuern. Ah, okay. Ich hab'n bisschen Holz. Und beide schmeißen der Zeug ins Feuer. Gleich brennt alles. Gleich brennt alles. Gleich brennt alles. Super, super. Ähm, aber guckt mal, dieser, dieser Schein, dieser Helle um den Crock-Pot, der ist auch neu. Dieser rote. Diese Blut. Ich meinst du, das ist Krock quasi, dieser rote. Da ist so ne Blut. Das Schimmer drum, ne? Ja, stimmt. Steht da keine Blut. Ja, jetzt nicht mehr, jetzt ist er ja auch aus. Aber es hat sich, es kann sich ein paar Sachen verändern auf jeden Fall von wo, also auch optisch. Wenn man ne Blume pflückt, kriegt man, äh, fünf Sanity wieder. Ich seh' die Hände grad nicht so gut, eigentlich, oder? Ich auch nicht. Hier unten ist eine. Mich blendet auch grad die Sonne. Ich sollte vielleicht mal bei mir ein bisschen verdunkeln. Und da ist noch eine. Verdunkeln wir den ganz. Ich mach mal kurz Sonnenfinsternis. Ja, hier bei mir, das scheint grade rein. Wir auch Sonne haben. Wir auch Sonne. Wir auch Sonne. Obwohl, ein bisschen ist hier draußen auch was recht. So. Flower Salad. Ah, okay. Ja, 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 ja. Flower Salad. Machst du eigentlich diese komischen Glühbirnchen fangen mit deinem Netz? Äh, ja, kann ich. Apropos, das können wir ja mal machen. Nein, jetzt sind sie weg. Dann kannst du Lampen machen. Verdammt, jetzt sind sie weg. Ein Blumensalat gibt 12,5 Hunger. 50, äh, 40 Leben. Oh, das ist gut. Wie mach ich den denn? Und fünf Sanity wieder. Ähm. Das ist Vegetable Food. In the Crock-Pot. By combining at least one Cactus Flower with any vegetable. Also du brauchst ne Cactus Flower für. Und dann irgendwas anderes. Ne Cactus Flower, also keine normalen Blumen. Genau. Und irgendwas ist grad bei mir. Äh, was? Weißt du, wir müssen erstmal in die Wüste. In die Wüste? Dann ess ich jetzt meine Blumen auf. Ach nein, ich hätt ja nen Hut draus machen können. Ja. Also ich mach nen Hut draus. Oh, geil. Ich hab nicht mehr Blumen. Ich plant's neue hier jetzt. Gibt's jetzt eigentlich auch neue Landschaften durch das Raid of the Giants da rein theoretisch? Also auf ne neuen, wenn man ne neue Welt hätte? Ähm, ja. Also ich weiß nicht, ähm, wird das nicht, wird das nicht vielleicht dann zusätzlich irgendwie generiert? Wenn man vielleicht in Bereiche geht, die noch nicht, die noch nicht erschlossen sind? Das weiß ich nicht. Wie kann man neue Blumen pflanzen? Du musst Schmetterlinge mit nem... Wenn du nach Schmetterlingen fängst. Genau, Schmetterlinge mit nem Sektenetz fangen und dann die Schmetterlinge einpflanzen. Wie es halt in der Realität auch gemacht wird. Das ist grauenvoll. Will jemand Paddles haben? Noch zwei übrig. Paddles? Ja, gib mir mal Paddles. Die Ari hat zuerst ja gesagt. Mwah, und du hast einen aufgegessen. Ja, stimmt. Das ist ein Schild. Haha. Da liegt sie. Ich geb mir meine eigenen Hunde. Wie viele brauchte man? Zwölf? Zehn? Wer schlägt denn da auf ihn ein? Ich mach... Ich mach was zu essen. Aber nicht das. Das ist das für... Wenn man lieber ganz wenig leben wird. Achso. Ich seh grad, ich hätt lieber hier oben mal mit ein paar Blumenpflanzen sollen. Schatz die neuch! Ja, in der Hase. Krieg ich nicht! Er fliegt! Oh Gott, die sind überhaupt keine Blumen mehr, ey. Das ist ja der Hammer. Okay, den getrockneten Monster, die kann ich immer noch fürs Blutessen machen. Nein! Ist ja voll die Ödnis hier. Ach, hau da ab! Warum geht meine Sanity denn so unglaublich schnell runter? Was ist denn da los? Haben die das verändert irgendwie? Also meine vielleicht... Der sammelt sich die Dürer. Du solltest dir vielleicht dein Bart schneiden oder so. Der ist nicht mal... Der ist... Der ist nur leicht... Leicht lang. Der ist noch nicht mal richtig lang. Der ist noch gar nicht mal so lang. Das ist nur ein Hipsterbart. Das ist nicht gar mal so ein Hipsterbart. Wir haben eine Bienen drauf. Oh Gott, hier gibt es keine Blumen mehr. Alles ist weg. Alles ist weg. Alles, alles leer. Oh nein! Sag mir, wo die Blumen sind. Wo sind sie geblieben? Was gehen wir jetzt eigentlich so? Was sind das denn Nächste, was wir so machen wollen? Überleben. Und dann gehen wir weiter. Ja, toll. Alles andere gern. Du kannst hier zum Beispiel mal die Kaninchen fallen absammeln. Oh, wir brauchen neue Kaninchen fallen. Ich bin kurz schon dabei. Kaninchen fallen. Ich kann ja welche wohnen. Ja, ja. Haben wir hier irgendwo noch ganz viel Gras rumliegen? Ich hab hier ganz viel Gras. Wo bist du denn? Hier, nimm. Ich hab hier ganz viel Gras. Gib mal das Gras, ja. Hey, hier voll, Alter. Wo sind die geile Sachen? Ich muss auch noch ein paar bauen. Baust du ein, Alter? Ich baue mal voll einen fetten Trap. So, ich habe jetzt keine Wahl. Ich muss jetzt hier die Blumen sammeln, die hier sind. Wann drehe ich durch? Jetzt kann ich keinen mehr bauen. Hier kriegst du noch mein letztes Gras. Oh ja. Vielleicht sogar noch ein paar Sticks. Nee, ja, ja, die habe ich genug. Da habe ich jetzt über den Stack. So, sechs Fallen habe ich. Wie warst du? Ich auch. Gut, dann können wir einiges wieder schön machen. Rapparieren. Ja, genau.